Hallo, ich bin die Selin, ich bin 19 Jahre alt und bin zurzeit im ersten Lehrjahr. Ich bin der Lukas Kreisel, bin 18 Jahre heute geworden, bin zurzeit als Kältemechatroniker in der Ausbildung hier bei der Firma Herbert und bin im ersten Lehrjahr. Hallo, mein Name ist Marcel Eckert, ich habe hier bei der Firma Herbert auch vor 10 Jahren eine Ausbildung als Anlagenmechaniker gemacht, absolviere aktuell meinen Meister und bin Ausbilder für die gewerblichen Azubis. Ich habe mich für den Beruf im Handwerk entschieden, der sehr abwechslungsreich ist und man viele Fortbildungsmöglichkeiten hat. Das wird ein fester Beruf für die Zukunft für mich. Am meisten Spaß macht mir, dass es abwechslungsreich ist. Zu den anderen Kollegen habe ich von Anfang an eigentlich ein gutes Verhältnis, da sie mich super aufgenommen haben, gerade als Mädchen. Der Teamgeist hier, wenn man Probleme hat, man kann einfach zu jedem hinkommen, wenn was ist. Hier wirst du nie allein gelassen, also das ist einfach super hier. Ihr braucht auch keine Angst haben, hierher zu kommen, es macht wirklich Spaß, man wird unterstützt und auch als weibliche Person würde es mich freuen. Ein bisschen Frauenpower hier reinzubringen, wäre echt toll.